Da können wir uns jetzt so netten Sch-Dings hier aussuchen Ach, gucken wir mal Können wir jetzt eh noch nicht machen wieder Da oben ist ein Geschützturm, in Deckung Was? Tschüss Tschüss Die haben noch mehr Wulsters Wir haben noch mehr Kugeln Wer denn Dana Jungs? Jetzt geht's abwärts Ich habe noch nie hinzu Was ist denn noch nie hinzu? Das war's Alter Es geht mir nicht gut, Grey Ich spüre, wie ich langsamer werde Halt durch und überlass die schwere Arbeit mir Bleib einfach in meiner Nähe Ich spüre Sie Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jaaah! Woher kommt denn der riesige Wichser jetzt her? Der ist voll gewohnt verpackt von der Jute in Waffenlänge, die der aus der Zeit mit Hunderten von Grillhändchen vollgepumpt. Das ist ein Penner. Oh nein, das ist ein Helm. Oh. Pissig. Hey Schönheit, komm her. Juhu, du hast ja ganz schön Gewicht. Die Motoren sind stark klar, aber es wird eine Minute dauern. Die Bezweifel ist in der Wilden, so lange warten wir, und ebenso wenig zu verfolgt wurde. Erledigt. Hohohoho. Ichi, da bemannt einer das Schleifer, wenn er das schafft. Dieses Ding hier nicht schneller. Dann versuch du es doch. Gut, sprich du doch mit dem Zug. Oh oh. Unsere nächste Verabredung ist angekommen. Bist du bereit für den Kampf? Ich werde sie alle töten. Ich bin doch. Hurra! Schön, dass du wieder da bist, Ishii. Oh, nie weg. Ich habe ein ganz mieses gezwert. Ich habe hier Billie. Ich bin doch dasELL more für People. Ich bin doch hier zu μ�len. Ich bin doch noch mal zu sehen. Gut. Bon Ouh! Auf! Oh mein Gott! Ich bin so dicht. Ich will ja nichts sagen, aber Ihr kommt jetzt so Skelette Ich will ja nichts sagen, ich will ja nichts sagen Ich hab's, noch eine erledigt Scheiße, ich hab die Palsche genau in dem Moment eingesetzt und konnte nicht schießen Das war ja wieder mega, dass wir da nicht schießen können Ich will ja eigentlich den Gyrocopter runterholen, in dem Moment kam der Befehl Ah, da laufen wir noch nicht ins Schussfeld, Jungs Ich glaube, der fühlt sich gut aus dem Moment, ich finde Ich will ja nicht schießen, oder? Das war's für heute. Das ist ja auch ein ver-fungtes Misty. 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 Das werden wir gleich wissen. Heißt, heißt, heißt! Ach, verdammt! Keine Ahnung, wie wir das überleben konnten. Irgendeine gute und freundliche Gottheit will wohl, dass wir hier rauskommen. Sicher? Detonation nicht verfügbar, Upgrade nicht verfügbar. Ladungs-Upgrade greift genau und schlusskoppeziert um 3. Maximum. Ja, ja. Mega cool. Weil wir leben noch, mein Freund. Ein Tropfen aus Glück in einem Wert von Pech. Hm?